Hallo, mein Name ist Tilman und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute das Unglück am Dyatlov Pass. Ein mysteriöser Unfall oder ein eiskalter Mord? Als Unglück am Dyatlov Pass wird der ungeklärte Tod von neun Skiwanderern im nördlichen Ural in der Sowjetunion im Gebiet zwischen der Republik Komi und der Oblast Zwerdlovsk im Jahr 1959 bezeichnet. Sie starben in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 1959 am nordöstlichen Hang des Berges Cholatsjachl, Mansisch für Berg des Todes, 1097 Meter. Der Gebirgspass, an dem das Unglück geschah, wurde später nach dem Gruppenführer Igor Dyatlov, Dyatlov Pass benannt. Fehlende Augenzeugen, die Umstände des Unglücks und nachfolgende journalistische Untersuchungen des Todes der Wanderer regten viele Spekulationen an. Untersuchungen der Todesfälle kamen zu dem Ergebnis, dass die Wanderer wahrscheinlich ihr Zelt von innen aufschlitzten und dieses barfuß und leicht bekleidet verließen. Die Leichen zeigten keine Anzeichen eines Kampfes, allerdings hatten zwei Opfer Schädelbrüche, zwei gebrochene Rippen und innere Verletzungen. Laut dem damaligen Untersuchungsbericht waren die Kleidungsstücke einiger der Verunglückten radioaktiv kontaminiert. Die sowjetischen Untersuchungsorgane legten sich nur darauf fest, dass höhere Gewalt zu den Toden geführt habe. Der Zugang zu dem Gebiet wurde nach dem Ereignis für drei Jahre gesperrt. Der Ablauf des Vorfalls bleibt unklar, da es keine Überlebenden gab. Die Wanderung Die Skitour wurde vom Sportverein des Polytechnischen Instituts des Urals, UPI, heute Staatliche Technische Universität des Uralgebiets, anlässlich des 21. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, KPDSU, veranstaltet und sollte 16 Tage dauern. Auf der geplanten Route durch das Gebirge des nördlichen Urals sollten von den Teilnehmern mindestens 350 Kilometern auf Skiern zurückgelegt und die Berge Othorten, 1235 Meter, etwa 13,6 Kilometer Luftlinie vom Unglücksort entfernt und Otschki-Chakur bewältigt werden. Die Route wurde mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad bewertet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer Die Teilnehmergruppe bestand aus acht Männern und zwei Frauen. Alle Teilnehmer galten als erfahrene Wanderer und kannten sich, mit Ausnahme von Semyon Solotarev, bereits seit mehreren Jahren. Bei Aufbruch schienen die physische und psychische Verfassung der Teilnehmer sowie ihre Ausrüstung, die zum Teil vom UPI gestellt wurde, den Anforderungen des geplanten Vorhabens vollkommen zu genügen. Der zum Zeitpunkt des Unglücks 23-jährige Igor Alexievich Dyatlov war der Anführer der Gruppe. Der angehende Ingenieur studierte im fünften Studienjahr an der Fakultät für Funktechnik des UPI und beteiligte sich an der Entwicklung und dem Bau von UKW-Funkgeräten. Seit Anfang 1959 hatte er eine Assistentenstelle am UPI inne. Er zählte zu den besten Sportlern des UPI-Sportclubs und hatte bereits mehrere lange Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden absolviert. Zeitgenossen beschrieben ihn als ernsten, besonnenen, handelnden Menschen. Der Gebirgspass, an dem sich das Unglück ereignete, wurde später nach ihm benannt. Der 1938 geborene Yuri Nikolayevich Doroschenko studierte Vityatlov im fünften Studienjahr an der Fakultät für Funktechnik des UPI. Er galt als trainiert und geübt im Weitwandern auf anspruchsvollen Routen. Er und Sinaida Kolmogorova, die ebenfalls an der Wanderung teilnahmen, waren einige Zeit lang ein Paar gewesen, hatten sich jedoch bereits vor Antritt der Expeditionen im Guten getrennt. Sinaida Sina Alekseyevna Kolmogorova wurde 1937 geboren und studierte im fünften Studienjahr an der Fakultät für Funktechnik des UPI. Sie hatte bereits Wanderungen verschiedener Schwierigkeitsstufen im Altai und Orar unternommen und bei einer dieser Touren den lebensgefährlichen Biss einer Viper überlebt. Alexander Sergejevich Kolevatov, geboren 1934, studierte im vierten Studienjahr an der Physikalisch-Technischen Fakultät des UPI. Zuvor hat er eine Ausbildung in der Fachschule für Bergbau und Metallurgie in Sverdlovsk absolviert und von 1953 bis 1956 als Laborant in einer Geheimeinrichtung des Ministeriums für Mittleren Maschinenbau in Moskau gearbeitet. Die Einrichtung wurde später zum All-Sowjetischen Wissenschaftlichen Forschungsinstitut für anorganische Materialien, in dem für die Atomindustrie geforscht wurde. Auch Kolevatov verfügte über Wandererfahrung und war bekannt für seine Genauigkeit und Führungsqualitäten sowie sein methodisches Vorgehen und Pflichtbewusstsein. Der 1936 geborene Rustem Slomidirovich Slobodin war ebenfalls Absolvent des UPI und arbeitete als Ingenieur. Auch er hatte bereits an mehreren Wanderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden teilgenommen. Er war Langstreckenläufer, boxte und spielte Mandoline, die er auch auf der Unglückswanderung mitführte. Nikolai Vladimirovich Thibaut Brignol hatte französische Vorfahren, seine Familie lebte aber bereits seit mehreren Generationen im Ural und hatte einige bekannte Bauingenieure hervorgebracht. Während der Herrschaft Stalins war seine Familie staatlicher Unterdrückung ausgesetzt, in deren Folge seine Mutter in ein Internierungslager kam, wo Thibaut Brignol 1934 geboren wurde. Nach Beendigung seines Studiums an der Fakultät für Bauingenieurwesen am UPI im Jahr 1958 betätigte er sich in Sverdlovsk als Bauleiter. Wie die anderen Teilnehmer verfügte auch er über Erfahrungen mit Wanderung unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Weiterhin an der Expedition beteiligt waren Yudmila Alexandrovna Dubinina, Yuri Yefimovic Judin, Georgi, Yuri Alexejewicz Krivoniszchenko und Semyon Alexejewicz Solotarew, genannt Sascha. Verlauf Die Teilnehmer kamen am 23. Januar 1959 in Sverdlovsk, dem heutigen Jekaterinburg zusammen und reisten per Zug über Serow nach Yvedel, die nördlichste Stadt der Oblast Sverdlovsk, wo sie in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar 1959 eintrafen. Am Nachmittag des 26. Januars 1959 fuhren sie per Anhalter weiter zu einer Waldarbeitersiedlung, verbrachten dort die Nacht im Wohnheim der Waldarbeiter. Am nächsten Tag brachen sie auf Skiern zu verlassenen, einst zum Gulag gehörenden Bergwerkssiedlung Voteroi Severny auf, wo sie vom 27. auf den 28. Januar 1959 ihr Lager aufschlugen. In der Nacht erkrankte Judin, sodass er seine Teilnahme an der Wanderung abbrechen musste. Am Vormittag des 28. Januars 1959 gefertigte Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen, wie sich die Gruppe von ihm verabschiedete. Judin sagte später aus, dass es bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei Konflikte oder Notfälle gegeben habe. Auch sei ihm nichts Verdächtiges aufgefallen. Während Judin zur Waldarbeitersiedlung zurückkehrte, setzten die anderen Teilnehmer ihre Wanderung fort. Die Gruppe plante, Anfang Februar 1959 den Otorten zu erreichen und spätestens am 14. Februar 1959 in der Siedlung Vishaya einzutreffen. Gegenüber dem UPI hatten sie angekündigt, dass sie sich von dort per Telegram melden würden. Mangels Zeugen konnte der weitere Verlauf der Wanderung nur noch anhand der später gefundenen Tagebuchaufzeichnungen der Teilnehmer rekonstruiert werden. Der sonst üblicherweise beim lokalen Skiverband hinterlassene Routenplan war verloren gegangen oder nie von Dyatlov eingereicht worden. Von Votoroi Severny aus wanderte die Gruppe erst schlussaufwärts entlang der Loswa und folgte dann der Osbica bis ins Gebirge, das sie am 31. Januar 1959 erreichten. Dyatlov hatte zunächst geplant, die Gruppe noch am selben Tag vom Osbica-Tal über den Gebirgspass ins Loswa-Tal zu führen, wo sie übernachten wollten. Sie begannen mit der Passüberquerung, kehrten dann aber wegen starken Windes wieder um und schlugen ihr Nachtlager im Osbica-Tal am Fuß des Cholatsjachel auf. In seinem letzten Tagebucheintrag, der auf den 31. Januar 1959 datiert ist, schrieb Dyatlov, Langsam entfernen wir uns von der Osbica. Ein sanfter Anstieg. Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze. Haarschnee. Kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab, ins Osbica-Tal. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen, keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Hier ist es warm. Im Osbica-Tal, ca. 100 Meter vom Flussufer entfernt, bauten sie einen Vorratsspeicher für Lebensmittel und Ausrüstung, der für den Rückweg gedacht war. Am Nachmittag des 1. Februars 1959 begann die Gruppe erneut mit der Überquerung des rund 3,5 Kilometer langen Passes in Richtung Loswartal. Nachdem sie gut die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht hatten, entschlossen sie sich, ihr Zelt am nordöstlichen Hang des Cholatsiachel aufzuschlagen. Unklar ist, warum sie nicht auch noch den Rest der relativ kurzen Strecke ins Loswartal zurücklegten, um, wie ursprünglich geplant, dort übernachten zu können. Die Ermittlungsbehörden gingen später davon aus, dass das Zelt nach 17 Uhr errichtet wurde. Um diese Uhrzeit seien auch die letzten Fotos der Dyatlov-Gruppe entstanden und gegen 18 Uhr hätten die Wanderer mit den Vorbereitungen für die Nacht begonnen. Rakitin glaubt hingegen, dass die Wanderer ihr letztes Lager bereits gegen 15 Uhr aufschlugen und die letzten Aufnahmen vor diesem Zeitpunkt entstanden sein müssen. Seiner Ansicht nach begannen die Unglücksereignisse zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr. Was dann geschah, ist bis heute ungeklärt. Suchaktion und Fund der Leichen Obwohl die Gruppe nicht wie angekündigt am 14. Februar 1959 in Vishayi eingetroffen war und auch kein Telegramm an das UPI geschickt hatte, wurde zunächst nichts unternommen, da Verspätungen bei solchen Expeditionen keine Seltenheit waren. Auch hatte es Berichte von anderen Wanderern über schwere Schneefälle in dem Gebiet gegeben, sodass es eine mögliche Erklärung für die Verzögerung gab. Erst nachdem die Angehörigen der Expeditionsmitglieder eine Suchaktion gefordert hatten, wurde am 20. Februar 1959 eine außerordentliche Sitzung des Sportvereins anberaumt, bei der beschlossen wurde, eine Rettungsmannschaft auszusenden. Am 21. Februar 1959 brachen drei Wandergruppen ins Suchgebiet auf und auch am selben Tag wurden Erkundungslüge durchgeführt, die jedoch keine Erkenntnisse über den Verbleib der Dyatlov-Gruppe lieferten. Außerdem wurde die Suche von einer Gruppe von Soldaten und Studenten der Unteroffiziersschule des Innenministeriums, zwei Förstern, zwei ortskundigen Jägern der Mansen sowie Suchhunden unterstützt. Ab dem 23. Februar 1959 beteiligten sich zudem drei Gruppen von Studenten des UPI, die sich freiwillig gemeldet hatten an der Suchaktion. Die Studenten wurden per Hubschrauber ins Suchgebiet gebracht. Eine der Gruppen, die von dem Studenten Boris Slobsdorf geleitet wurde und aus elf Personen bestand, wurde am Berg Otorten abgesetzt. Am 25. Februar 1959 stießen die Slobsdorf-Gruppe im Ospitschatal circa 15 Kilometer vom Otorten entfernt auf die Skispuren der Vermissten. Im darauffolgenden Tag teilte sich die Gruppe von Slobsdorf in drei kleinere Gruppen auf, um die Spuren in verschiedene Richtungen weiter zu verfolgen und das in der Nähe vermutete Vorratslager der Dyatlov-Gruppe zu finden. Am 26. Februar 1959 stießen Slobsdorf und sein Kommilitone Michael Scharabin auf das verlassene Zelt der Dyatlov-Gruppe am Hang des Schroldats-Jachel. Nachdem Slobsdorf und Scharabin das Zelt oberflächlich inspiziert hatten, kehrten sie aufgrund des sich verschlechternden Wetters zum Basislager der Slobsdorf-Gruppe zurück. Am 27. Februar 1959 teilte sich die Slobsdorf-Gruppe erneut in kleinere Gruppen auf, um die Suche fortzusetzen. Gegen Mittag entdeckten Scharabin und der Student Juri Kopte-Lowberg in etwa 1,5 Kilometer Entfernung zum Zelt der Dyatlov-Gruppe weiter abwärts am Hang des Schroldats-Jachel einen hohen Nadelbaum, der am Stallufer eines in die losfahrfließenden Baches stand. Unter dem Baum erblickten sie neben den Überresten eines erloschenden Lagerfeuers die mit einer dünnen Schneeschicht bedeckten, gefrorenen Leichen von Doroschenko und Krivonischchenko. Während Doroschenko mit dem Gesicht nach unten auf dem Bauch lag, befand sich Krivonischchenkos Leiche mit dem Gesicht nach oben auf dem Rücken. Nach am selben Tag trafen weitere Mitglieder der daraufhin verständigten übrigen Suchmannschaft und Vassili Ivanović-Tembalov, der Staatsanwalt von Ivdel, am Fundort der Leichen ein. Die Rettungskräfte bildeten eine Menschenkette und begannen damit, den Hang des Schroldats-Jachel mit Schießstöcken und Lawinensonden nach den übrigen sieben Wanderern abzusuchen. Dabei stießen sie zunächst auf die Leiche von Dyatlov, die sich zwischen der Lagerfeuerstelle und dem weiter Hang aufwärts stehenden Zelt befand. Die Entfernung von Dyatlovs Leiche zur Lagerfeuerstelle wurde auf etwa 400 Meter geschätzt. Sein Körper war nur teilweise von einer dünnen Schneeschicht bedeckt und lag auf dem Rücken. Ein paar Stunden später spürte ein Suchhund Kolmogorova auf, die leblos unter einer 10 Zentimeter dicken Schneedecke lag. Ihre Leiche befand sich zwischen Dyatlovs Fundort und dem Zelt, wobei die Entfernung zu Dyatlov ca. 500 Metern betrug. Am 2. März 1959 wurde das anscheinend unberührte Vorratslager der Dyatlov-Gruppe im Ostbietschertal entdeckt. Slobodins Leiche wurde am 5. März 1959 gefunden, etwa in der Mitte zwischen den Fundorten der Leichen von Dyatlov und Kolmogorova. Er lag unter einer Schneeschicht von 12 bis 15 Zentimeter auf dem Bauch. Der rechte Arm befand sich angewinkelt unter der Brust, der linke war seitlich ausgestreckt. Das linke Bein war ebenfalls ausgestreckt, das rechte zum Oberkörper hin angewinkelt. Die Leichenfundorte von Dyatlov, Kolmogorova und Slobodin befanden sich auf einer nahezu geraden Linie zwischen dem Lagerfeuer unter dem Nadelbaum und dem Zelt der Dyatlov-Gruppe. Da alle drei mit dem Kopf in Richtung des Zeltes lagen, wurde angenommen, dass sie auf dem Weg vom Lagerfeuer zurück zur Zeltstätte gewesen waren. Die Suche nach Dubinyina, Kolevatov, Solotarev und Tybo Brignol nahm mehr als zwei Monate in Anspruch. Ihre Leichen wurden am 4. Mai 1959 nahe beieinander unter vier Meter hohem Schnee in einer Schlucht gefunden, die sich in südwestlicher Richtung und etwa 50 Meter entfernt von der Lagerfeuerstelle befand. Dubinyinas Leichnam wurde in kniener Positionen aus dem Schnee ausgegraben. Mit dem Gesicht und der Brust lag sie auf einem Stein. Spuren am Unglücksort Am Unglücksort wurden die folgenden Entdeckungen gemacht. Das Zelt war leicht eingeschneit und wies Einschnitte auf. Eine nähere Begutachtung ergab, dass die Schnitte von innen gesetzt worden waren. Eine Spur von Fußabdrücken führte Hang abwärts zur Grenze eines nahegelegenen Waldes, doch nach 500 Metern wurde sie von Schnee überdeckt. Es gibt Hinweise für ein fluchtartiges Verlassen des Zeltes während der Nacht, obwohl die Temperatur sehr niedrig war, ca. minus 25 Grad Celsius bis zu minus 30 Grad Celsius und ein starker Wind wehte, waren die Toten nur leicht bekleidet. Die Mitglieder der erstgefundenen Gruppe waren teilweise sehr spärlich bekleidet. Einige hatten nur einen Schuh an, während andere nur Socken trugen. Die vier Mitglieder der später entdeckten Gruppe trugen zum Teil Kleidungsfetzen, die sie von der Kleidung der ersten fünf Toten abgeschnitten hatten. Es gab keine Hinweise auf weitere Personen neben den neuen Wanderern am Cholatsjachel oder in der Nähe. Spuren beim Camp zeigten, dass alle Personen, auch die, die verletzt gefunden wurden, eigenständig das Lager zu Fuß verließen. An der Rinde des großen Nadelbaums, unter dem sich eine kleine Feuerstelle befand, wurden bis in mehreren Metern Höhe Haut- und Muskelgewebsspuren nachgewiesen. Obduktion der Leichen Die Leichen von Jatlov, Doroschenko, Kolmogorova und Krivonischenko wurden am 4. März 1959 von zwei Gerichtsmedizinern in einer Leichenhalle in Ivdel obduziert. Bei allen vier Leichen trat der Tod sechs bis acht Stunden nach der letzten Mahlzeit ein. Juri Doroschenko wies zahlreiche Hautabschürfungen, Blutergüsse und Prellungen, versenkte Haare an der rechten Kopfseite sowie Erfrierungen an Fingern und Zähnen auf. Mangels tödlicher Verletzungen und aufgrund vorhandener Vyschneski-Flecken sowie einer Hyperämie der Hirnhäute und Nieren kam die Mediziner zu dem Schluss, dass er in Unterkühlung gestorben war. Bei Georgi Krivonischtschenkos Leiche wurden ebenfalls mehrere Schirrverletzungen, Blutergüsse und Erfrierungen an den Händen festgestellt. Besonders auffallend war das Fehlen der Nasenspitze, eine Schwellung und Brandverletzung am linken Unterschenkel sowie ein Stück Haut des Mittelfingers, das im Mund des Toten gefunden wurde. Auch bei ihm stellten die Gerichtsmediziner Unterkühlung als Todesursache fest. Bei Sinaida Kolmogorova wurde ein Hirn- und Lungenödem sowie mehrere Hautabschürfungen im gesamten Gesichtsbereich, an den Händen und in der Ländengegend festgestellt. Laut den Medizinern seien die äußeren Verletzungen infolge eines Sturzes auf hartem Untergrund entstanden. Sie stuften ihren Tod als gewaltsamen Unfall ein. Igor Dyatlovs Leichnam wies ebenfalls zahlreiche Schürfwunden und Blutergüsse, aber keine inneren Verletzungen auf. Aufgrund vorhandener Wischniewski-Flecken, einer Hyperämie der Hirnhäute und weiterer charakteristischer Anzeichen gingen die Gerichtsmediziner von einer Unterkühlung als Todesursache aus. Rustims Lobodins Leiche wurde am 8. März 1959 obduziert. An äußeren Verletzungen wies er Schürfwunden und Schwellungen im Gesicht sowie Abschürfungen an Fingern, dem rechten Unterarm und am linken Unterschenkel auf. Bei der inneren Leichenschau wurde ein 6 cm langer und 0,1 cm breiter Riss am linken Schläfenbein festgestellt. Der Gerichtsmediziner vermerkte dazu, das angeführte geschlossene Schädeltrauma wurde von einer stumpfen Waffe verursacht. Zum Entstehungszeitpunkt rief es einen kurzzeitigen Betäubungszustand Slowbodins hervor und trug zu seinem schnelleren Erfrieren bei. Unter Berücksichtigung der erwähnten körperlichen Verletzungen konnte Slowbodin sich in den ersten Stunden nach ihrer Zufügung fortbewegen bzw. kriechen. Slowbodins Tod trat in Folge seines Erfrierens ein. Der Gerichtsmediziner beschrieb keine aufgrund des Schläfenbeinrisses zu erwartende äußere Kopfverletzungen. Die vier Leichen aus der Schlucht wurde am 9. Mai 1959 gerichtsmedizinisch untersucht. Aufgrund vorhandener Maceration wurde festgestellt, dass sie zwischen 6 und 14 Tagen im Wasser gelegen hatten. Bei Ludmilla Dubininha vermerkte der Gerichtsmediziner unter anderem ein Lungenödem, das fehlend bei der Augäpfel und von Weichteilgeweben am Gesichts- und Hirnschädel, sodass die Knochen im Bereich von Joch, Schläfen und Scheitelbein sowie ein Teil des Oberkiefers frei lagen. Darüber hinaus notierte der Gerichtsmediziner, der Mundboden und die Zunge fehlen, der obere Rand des Zungenbeins liegt frei. Die Obduktionsakte enthält keine Erklärung für das Fehlen der Augäpfel, des Mundbodens und der Zunge. Es wurden keine Erfrierungsanzeichen festgestellt, stattdessen befand der Gerichtsmediziner, Dubininhas Tod ist infolge einer extensiven Blutung in der rechten Herzkammer, mehrfacher beidseidiger Rippenfrakturen und einer massiven inneren Blutung in der Brusthöhle eingetreten. Die angeführten Verletzungen können sich infolge der Einwirkung einer großen Kraft gebildet haben, mit anschließendem Sturz, Niederwurf oder Schlag gegen Dubininhas Brustkorb. Auch bei Solotarjov stellte der Gerichtsmediziner fehlende Augäpfel, teilweise freiliegenden Gesichtsknochen und ein akutes Lungenödem fest. Zudem hatte er eine 8 cm lange und 6 cm breite Verletzung im Hinterkopf, wodurch das Scheitelbein freilag. Die Hinterkopfverletzung stufte der Mediziner als Verwesungserscheinung ein. Als Todesursache wurde ein durch mehrere Rippenbrüche hervorgerufener Hämatothorax bestimmt. Kolevatos Leiche wies eine Knieverletzung, eine bis auf das Schläfenbein durchgehende Kopfverletzung, stellenweise freiliegende Gesichtsknochen, ein Hämatothorax und starke Verwesungserscheinung auf. Zur Todesursache führte der Gerichtsmediziner aus, sein Tod trat infolge der Einwirkung der niedrigen Temperaturen ein. Die körperlichen Verletzungen, die auf Kolevatos Leiche entdeckt wurden, stellen posthume Veränderungen dar. Rakitin zweifelt an der in der Akte genannten Todesursache, da im gerichtsmedizinischen Gutachten keine verlässlichen Anzeichen für einen Erfierungstod aufgelistet seien. Zur Todesursache von Dubois Brignol heißt es im Gutachten, sein Tod ist infolge einer geschlossenen impaktierten Mehrfragmentfraktur im Bereich der Schädelkalotte und der Schädelbasis eingetreten, mit einer massiven Blutung unter den Hirnhäuten und in die Hirnsubstanz unter Einwirkung der niedrigen Umgebungstemperatur. Als Ursache für die Schädelfraktur schloss der Gerichtsmediziner einen Sturz oder einen Steinschlag aus. Weitere Umstände und Beobachtungen Nach der Beerdigung gaben Angehörige der Verstorbenen an, dass die Haut der Opfer tief gebräunt ausgesehen habe und die Haare komplett grau gewesen seien. Forensische Untersuchungen zeigten erhöhte Dosen an radioaktiver Strahlung an den Kleidungsstücken einiger Opfer. Ein ehemaliger Ermittlungsbeamter sagte in einem privaten Interview, dass ein Dosimeter am Cholatsiachel einen hohen Grad an Strahlung angezeigt habe. Die Quelle der Strahlung wurde jedoch nicht aufgefunden. Mitglieder der Suchmannschaft erblickten am 31. März 1959 von ihrem Lager am Losvartal aus eine Erscheinung am Himmel, die sie für ein UFO hielten. Das Suchmannschaftsmitglied Valentin Jakimenko beschrieb das Phänomen wie folgt. Früher morgen war es noch dunkel. Der diensthabende Viktor Mecheljakov verließ das Zelt und sah eine leuchtende Kugel, die sich über den Himmel bewegte. Er weckte alle. 20 Minuten lang beobachteten wir die Bewegung der Kugel oder Scheibe, bis sie hinter dem Berghang verschwand. Wir sahen sie in südöstlicher Richtung vom Zelt. Sie bewegte sich nach Norden. Diese Erscheinung versetzte alle in Aufruhr. Wir waren überzeugt, dass der Tod der Dyatlov-Gruppe etwas damit zu tun hatte. Es stellte sich heraus, dass bereits im Februar 1959 ähnliche Himmelserscheinungen in dem Gebiet gesichtet worden waren. Wanderer am Berg Tschistop hatten vom hellen Leuchten einer Rakete oder eines Geschosses berichtet, dass sie am Abend des 1. Februars 1959 in der Nähe des Autorten beobachtet hätten und auf das war eine ähnliche Lichterscheinung von der Stadt Seeroth aus zu sehen. Außerdem hatte eine Gruppe von Soldaten der inneren Truppen am frühen Morgen des 17. Februars 1959 in der Nähe von Yvesdale etwa 10 bis 15 Minuten lang eine grellweiße Kugel am Himmel gesehen, die sich von Süden nach Norden bewegt habe und von einer weißen Nebelwolke umhüllt gewesen sei. Später wurde behauptet, dass es sich bei den Kugeln um den Schweif von R-7 Interkontinentalraketen handelte. In einigen Berichten ist von viel Altmetall die Rede, das in dem Gebiet gefunden wurde, was wiederum zu der Spekulation führte, dass Militär habe die Gegend heimlich genutzt und versuche nun etwas zu verschleiern. Theorien zur Unglücksursache Zu Beginn der Ermittlungen war die Theorie aufgekommen, dass die Wandergruppe von Angehörigen des Volkes der Mansen angegriffen und ermordet worden sei. Die Wanderer hatten ihr Zelt nur wenige Meter von einem mansischen Pfad aufgestellt, der zu einem Tschump führte. Die Untersuchungen zeigten jedoch, dass die Todesumstände nicht zu dieser Theorie passen. Nur die Fußabdrücke der Wanderer waren zu sehen. Zudem waren keine Anzeichen für die es gegebenenfalls hätte verteidigen wollen. Laut einer anderen Theorie wurde das Zelt der Wanderer von einer Lawine verschüttet. Die Verletzungen von Dubininha Solotareff und Thubaut Brignol seien durch den Druck der Schneemassen zu erklären. Die anderen unversehrt gebliebenen Wanderer hätten das Zelt zerschnitten, um sich und ihre verletzten Freunde zu befreien. Aufgrund mangelhafter Bekleidung seien sie jedoch schließlich erfroren. Gegen diese Theorie wurde unter anderem eingewandt, dass es keine Spuren eines Lawinenabgangs gegeben habe. Eine weitere Theorie lautet, dass die Skiwanderer versehentlich in ein inoffizielles militärisches Übungsgelände eingedrungen und Opfer eines Kernwarfentests oder anderer Übungsmanöver geworden sein könnten. Die gesichteten Leuchtkugelerscheinungen in Verbindung mit einem rätselhaften Foto aus Krivonis Tchenkos Kamera sowie dem Gerücht der KGB habe jegliche Erwähnung von Ufos untersagt näherten Ufo-Theorien. Einige Autoren vermuten einen geheimdienstlichen Hintergrund. In seinem 2014 erschienenen Buch legt ein unter dem Pseudonym Alexei Rakitin schreibender Autor beispielsweise folgendes Szenario zugrunde. Drei der neun Wanderer hatten eine Verbindung zum KGB von der die übrigen Wanderer keine Ahnung hatten. einer auf Pullover und Hosen aufgebrachten Probe stark strahlender radioaktiven Strontiums 90 an westliche Geheimagenten, um dort eine falsche Spur zu legen. Nachdem diese Übergabe am Cholatsiachel gescheitert war und die westlichen Spione als solche erkannt worden waren, wollten sie die Gruppe umbringen, aber ohne diese zu erschießen und größere Spuren zu legen. Sie zwangen die Mitglieder der Gruppe mit Gewalt sich auszuziehen, damit diese bald den Kältetod fänden. Allerdings hielten es einige widererwarten noch einige Zeit aus und so wurden diese mit grober Gewalt getötet. Der KGB wollte bei dem Fall vor allem wissen, ob die Übergabe geklappt habe. Danach wurden die Akten geschlossen. Vier hohe KGB Offiziere wurden im folgenden Jahr degradiert. Möglicherweise waren es diejenigen, die für diese gescheiterte Operation verantwortlich waren. Der US-amerikanische Dokumentarfilmer Donnie Eicher zog die Möglichkeit einer im Zelt um sich greifenden Panik in Betracht. Als Auslöser kommt für ihn insbesondere die Wirkung von Infraschall als Folge des lokal vermuteten Wettergeschehens Sturm in Verbindung mit der Möglichkeit einer sich dabei am Hang einstellenden Karmannschen Wirbelstraße infrage. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir Tilman Böntke un Pffft 妈 ho 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020